Stella, hör auf zu weinen. Denk lieber dran, wie wir unsere schwersten Zeiten gemeistert haben. Jetzt bin ich aber ganz allein. Wir werden nie allein sein. Wir haben doch unsere Freundinnen. Aber ich, die habe ich doch weggejagt. Sie werden immer auf unserer Seite sein und das weißt du auch. Dafür sind Freunde doch da. Wow, Stella. Du kannst gut mit Leuten umgehen. Du schaffst es, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Ich bin beeindruckt. Oh, nein. Wie konnte das geschehen? Meine Freundinnen. Ja, meine Freundinnen sind mein Licht. Sie werden für alle Ewigkeiten ein Teil von mir sein. Ist das noch der Albtraum oder Realität? Jackett oder kein Jackett? Jackett. Ein bisschen verschmuster, wenn ich bitten darf. Ihr seid sehr, sehr verliebt ineinander. Verstanden? Was war das gerade? Keine Ahnung. Komm jetzt. Reden wir mit Matt. Mädels, ihr seid wirklich die Besten. Stella, was ist denn los? Ihr habt an mich geglaubt. Und das war die Rettung für mich. Äh... Ab jetzt werde ich immer auf euch hören. Und ich werde immer für euch da sein. Ihr hasst mich doch nicht, oder? Was redest du denn da? Du bist unsere Stella und das wirst du auch immer bleiben. Ich... 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 Ich lebe euch ganz doll. Ach, und übrigens, ob ihr es glaubt oder nicht, ich hab meine Nemesis besiegt. Also, dann war das, was gerade passiert ist, kein Traum? Nein. Und wenn doch, dann war es ganz sicher ein Albtraum. Wir sehen uns beim nächsten Mal.